Wir sind in der Region als Netzbetreiber bekannt. Wir stehen aber nicht nur für Energienetze, sondern auch für Energie, die die Menschen miteinander verbindet. Dafür engagieren wir uns, weil wir dazugehören, weil wir eng mit der Region verbunden sind. Unsere Mitarbeiter, die sich ehrenamtlich für den guten Zweck einsetzen, unterstützen wir dafür mit Zeit und Geld. So helfen wir gemeinnützigen Einrichtungen. Beschäftigen uns mit Kindern. Engagieren uns in der Jugendarbeit. Fördern kulturelles Leben in der Region. Und tun etwas für Natur und Umwelt. Wie man sieht, gute Energie kann man nicht genug haben. Möglichkeiten gibt es viele. Wir bei AWACON nutzen sie. Und da sind die Menschen freundlich. Wir bei AWACON. Wie man sieht, die Menschen in der Region. Und da sind die Menschen in der Region. wir bei AWACON. Wir bei AWACON. Und da sind die Menschen in der Region. Vielen Dank.